Hallo Leute! Herzlich Willkommen! Auf Wiedersehen, Marius Spendergaming! Und heute spüren wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Fireworks. Nein, ja. Auf einer deutschen Map, nämlich irgendwie Düsseldorf soll das darstellen. Hier müsste irgendwo auch ein Schild sein. Ich würde sagen, am Anfang sprengen wir hier erstmal dieses Auto. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Auto sein soll. Was haben wir denn hier so? Oh, Dumboom. Ah ne, warte mal. Ich habe ja neue Sachen hier irgendwie geholt. Oh, was ist das denn hier? Es kommt einfach hier... Kann man das? Ne, das fällt da durch. Wäre geil, wenn man das noch da so reinpacken könnte. So, ich glaube das reicht. Schlech, 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 weg, 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 weg. Passt hier irgendwas? Ja gut, also es passiert ja gar nichts. Wow! Zu ernst? wow dieses auto ist einfach unzerstörbar das geht gleich wieder ok was kann man denn hier so zerspringen dieses auto ist einfach stabiler als ich was uns dorf zentren ist es was für ein dorf uns dort steht als doch nicht hätte mich auch gewundert ok 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 wir machen es ganz einfach die matrix wir nehmen einfach die matrix keine ahnung warum die matrix heißt aber wir nehmen jetzt einfach die matrix können wir diese ne ich glaube die kann man auch nicht ne kommen sie hier rein kommen sie hier rein keine ahnung was die machen ist mir auch ganz egal denn die matrix macht auch nicht jetzt kaputt was ist mit den bäumen passiert ach du heilige das ganze spiel hängen das war es doch schon wieder nicht was ja also dieses spiel das hängt dann gerade hallo ich glaube das spiel ist abgestürzt habe ich so das gefühl so leute ich bin wieder weg auf einem anderen map in irgend so einem komischen zelt ich hoffe mal hier kann man alles ein bisschen zerspringen hier ist eine hake glaube ich soll das sein wir gucken erst mal ob man das machen kann eben einfach mal hier nicht die matrix sondern bis hier so immer aufhören weg zu wollen mal gucken ob es funktioniert offenbar ja wäre es uns scheiße ok kann man wieder nicht kann ja irgendwas kaputt machen sie mich frage und hier reinkommen testen wir es einfach mal alles klar ruhig warte ich pack da jetzt was rein klein kram was ist das egal einfach hallo was soll da rein ey scheiße geht nicht so machen wir es halt so erzhaft jetzt eigentlich müsste ja alles kaputt gehen weil es feuer ist es hängt wieder tschüss leute es hängt gerade unnormale select rum na select ultra rum ok leute machen wir einfach hier hinten weiter in der zeit wenn da hinten dort ein bisschen noch ein bisschen brennt sage ich mal so könnten ja mal gucken werden wir hier auch batterien wollen können wir mal die batterie anmachen gucken was das für eine ist naja also weiß ich jetzt nicht gucken wir mal gleich die hier uns an ja ja es reicht doch jetzt auch man muss dieses scheiß kackwerkzeug da wollte es gerade nehmen und jetzt ist es weg tschüss tschüss so machen wir den ditt mal an let's go ole 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 wow wow ruhig guck mal jetzt ist es da oben das ist doch gut jetzt lasse ich es fallen alarm aufgehört ich habe es einfach kaputt gemacht machen wir einfach das hier alarm 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 bumm tschüss alarm oh ja sieht interessant aus wie lange das auch immer noch geht ich habe keinen punkt mehr weiter eine minute was zwei minuten und drei sekunden ja gut ist vielleicht ein bisschen zu viel wir machen gleich noch die new die new kommt am ende aber warum kann man nichts kaputt machen das ist doch scheiße warum gibt es die map dann überhaupt wenn man nichts kaputt machen kann die die bombenrohr klein kram bäller machen wir mal die hier man kann hier nicht mehr reinpacken guck mal die kommen hier einfach raus hallo ich kacke ein bisschen oi ich muss ganz viele scheißen ok ok das wird jetzt eh wieder hängen aber egal ich ok man hat es überhaupt nicht gesehen weil ich zu schnell mich gedreht habe wo man kann ja hier hoch hallo ich bin hier hoch lass mich hier hoch so ok 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 was ist das hier für ein silab oben landen sie unten 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 ich mache nur ihren dach es wird sehr gut aussehen das wird ziemlich wow das sieht ziemlich gut aus muss ich sagen so damit das ja auch angezündet ist oh scheiße ich bin auf dem dach warum steht das in der luft oa oh das ist ja alles unten gelandet egal wir kriegen das hin muss jetzt einfach nur ganz schnell sein und da anzünden ey oh warte vielleicht können wir das hier noch machen jo wie fett sind die komm wir gehen einfach runter und zünden das an am besten wenn wir jetzt am besten schnell wegrennen habe ich es angezündet egal ich renne trotzdem weg ja ich habe es angezündet ok warum ist hier ein stein kann ich den stein nähen das wäre nice kann ich nicht kann ich den weg sprengen kann ich wahrscheinlich auch nicht ne ok leute ich muss mir auf jeden fall eine neue map suchen wo man auf jeden fall was kaputt machen kann wir holen jetzt noch die nuke und dann springen wir hier diese scheiße mal weg man ey jetzt habe ich zwei hier scheiße äh ich muss löschen bitte weg damit danke ähm keine nie so ey das spiel ich mich doch arsch so zack ähm sollen wir die einfach so starten leuten so hallo jetzt hör auf so rum zu zappeln an dieses kack des zappelt so rum so jetzt aber alarm schnell weg hier von der atombombe und sie hebt ab in drei zwei zwei ja gott äh ok ich dachte sie hebt eigentlich noch ab aber scheinbar ist sie direkt explodiert äh ey das sieht aber eigentlich voll nice aus wie so eine qualle einfach moinsen jungs geht's denn euch so noch also die häuser scheinen nicht aus holz zu sein weil sonst wären sie schon längst weg ich glaube das ist so besseres holz tatsächlich also die fenster gibt es keine ok ok was ist das für eine kiste das finde ich gar nicht ach nee das holz kann man ja nicht kaputt machen uuuh uuuh naja schade kann man das hier wenigstens moos ist das das soll doch glaube ich moos sein naja leute ich würde sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen da unten kommentar da schaut außerdem auf mein disco server vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt naja jetzt habt noch ein paar mal vom tag hau na leute euer stando ciao ciao Outro 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 Outro